In der 20 Zoll Fahrradkategorie werden neben Falträdern auch die sogenannten Kompaktfahrräder immer beliebter, auch mit Elektroantrieb. Eines der vielseitigsten neuen E-Bikes für 2015 ist das Blue Label Pony von Ries und Müller. Das ist ein wartungsarmes Alltagsfahrrad, dadurch dass es einen Zahnriemenantrieb mit einem Carbon-Zahnriemen hat. Durch seine kleinen 20 Zoll Räder braucht es nur wenig Platz beim Verstauen und es kann passend gemacht werden für Menschen zwischen 1,50 Meter und 2 Meter Körpergröße durch die Verstellmöglichkeiten des Vorbaus und der Sattelstütze. Also wir falten das jetzt als kompakt und platzsparendes Rad klein zusammen. Das heißt wir falten es einmal, wir falten es zweimal und wir machen es jetzt ganz klein. Auch dieses Rad wie alle Blue Label Räder hat einen Bosch Antrieb, in diesem Fall ein Motor aus der Performance Serie. Geschaltet wird hier stufenlos über die besonders robuste und wartungsarme NuVinci Nabenschaltung. So, ich mache mal das Licht an, per Knopfdruck. Licht an, steht im Display. Und jetzt kann ich die Reichweite zeigen, die Gesamtstrecke, die Strecke und die Unterstützung ein bisschen rauf und runter spielen und das Licht wieder ausschalten. Es gibt verschiedene Modelle in der Pony-Serie von Blue Label, die ungefähr bei 3.500 Euro preislich beginnen. Wer also nicht unbedingt falten muss, sondern mit einem klappbaren Vorbau auskommt, ist mit einem Kompaktmodell wie diesem sehr gut beraten.